Ja, Network Marketing Coach. Braucht man einen Network Marketing Coach? Das möchte ich dir heute beantworten. Ja, brauchst du ein Coaching? Brauchst du ein Coach für Network Marketing? Nein, brauchst du nicht. Du brauchst keinen Network Marketing Coach. Nein, du brauchst keinen Coach, wenn du nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen willst. Aber ich denke mal, wenn du dir dieses Video anschaust zum Thema Network Marketing Coach, Coaching, dann wirst du weiterkommen wollen. Aber wenn du nicht weiterkommen möchtest, wenn du nicht alles ausschöpfen möchtest, maximalst, dann brauchst du absolut keinen Network Marketing Coach. Ja, du brauchst einen Coach, wenn du maximalen Erfolg erzielen willst. Und vor allem ist es wichtig, so ein Network Marketing Coach ist unabhängig von deiner Firma, unabhängig von den Produkten. Es ist manchmal gar nicht einfach als Uplein, als Mentor unabhängig zu bleiben, weil man ja selbst Interessen hat. Wenn ich jetzt deine Uplein bin, dein Mentor, habe ich natürlich das Interesse, dass du in dem System, in dieser Firma bleibst. Also ich würde dir niemals etwas empfehlen, dass du etwas anders machen sollst, auch wenn ich jetzt zum Beispiel als Trainer erkennen würde, dass du etwas anderes brauchst. Das heißt, ich bin hier nicht ganz objektiv. Das ist ganz normal, weil ich ja nicht möchte, dass du etwas anders tust. Das heißt, wenn du einen Network Marketing Coach hast, der ist unabhängig von deinem Produkt, von deiner Firma. Dein Network Marketing Coach hat außerdem noch den Überblick. Überblick über verschiedene Branchen, verschiedene Produkte, verschiedene Probleme und nicht nur sozusagen von der eigenen Firma. Deswegen wird er hier ganz neue Ansätze dir bringen können, Impulse bringen können, die vielleicht in deiner jetzigen Network Marketing Firma nicht so gelebt werden, weil doch hier immer ähnliche Mechanismen greifen. Ein Network Marketing Coach ist auch wichtig, wenn es geht um Internet, um das Rekrutieren im Internet, weil ich merke schon, dass in den Firmen, in den Networks, in Multilevel Marketing, ein bisschen Nachholbedarf ist auch beim Thema Facebook, Instagram, YouTube etc. Wie nutze ich die sozialen Medien? Und gerade wenn es um die Rekrutierung neuer Partner geht. Ich habe das selbst gemacht, 110 Partner in 30 Tagen, nur mit Facebook, ohne Werbung zu machen. Und du kannst dir auch genau das System jetzt anschauen. Du kannst dir diese Informationen jetzt holen, wenn du unten in der Beschreibung auf den Link klickst. Wichtig bei einem Network Marketing Coach ist aber nicht der Auftritt nach außen. Das heißt, was erzählt er dir oder was bietet er dir an, sondern hat es diese Person selbst schon geschafft. Das ist für mich auch immer wichtig, egal was ich tue, ob ich jetzt sage, ich nehme ab oder ich mache Business, ich möchte ein Vorbild sein. Ich möchte zeigen, dass ich das selbst kann und erst dann kann ich diese Information weitergeben. Also, wenn du wirklich weiterkommen willst, wenn du unabhängig sein willst, such dir einen Network Marketing Coach. Wenn du jetzt weiterkommen möchtest, ein System haben möchtest, dann hol dir unten mal mein Webinar und ja, du wirst einen Coach brauchen, wenn du maximalen Erfolg haben möchtest. Bye, bye, ciao, piety, bis zum nächsten Video. Viel Erfolg im Network Marketing. Tschüss.